Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Stranded Diebschmieb Diebschmieb, kennste? Dieb, 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 keine Ahnung Ähm, ja, da drüben ist unsere Insel, ich weiß es, weil wir einen Pfeil gelegt haben in der letzten Folge, wer sich erinnert Und wir haben hier die ganze Insel abgeerntet, um quasi alles nach und nach rüber zu schleppen Jetzt momentan hätten wir ein bisschen Platz Ich muss noch gucken wegen dem Sonnenbrand Äh, dürfte ich theoretisch nur nachts reisen Und vor allem muss ich gucken, was ich mir mitnehme Haben wir da noch was im Eimer Freshwater haben wir noch drin Und, naja, ich hab die Kokosnüsse noch mit dabei, vier Stück und vielleicht Kartoffeln Sollte ich auch noch mitnehmen, eins, zwei, drei, vier So, das reicht hoffentlich Und einen Platz brauche ich ja noch für den Paddel Deswegen Ich bin so doof Ich bin mega doof Ich wollte schon wieder zur nächsten Insel Der Pfeil sieht irgendwie voll kacke aus Ähm, eins, zwei, drei, vier Das geht alles noch Eins, zwei, drei, vier Wir werden überleben Ich werde mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht da hinten rüber kommen Wobei ich da vielleicht auch so hinschwimmen kann Da brauche ich vielleicht nicht unbedingt Das Paddeldingens Vorsichtshalber, man weiß ja nie Wie So, schauen wir mal Das ist ja eh gleich hier um die Ecke Und wie man sieht sind wir da schon da Eine Fackel haben wir Da gibt's ja oberst von Fackeln, man Da kommen wir, hier kommen wir nirgends runter glaube ich Ein Seeigel Da dürfen wir auf gar keinen Fall ran glaube ich War das das vielleicht, was uns erwischt hat Weswegen hier die ganze Weil das eigentlich echt eher nach Haut Äh, nach Dingens, nach Verbrennungen aussieht Noch ne Machete Das ist natürlich praktisch Weil wir brauchen grad eh wieder eine Ich schwimm nochmal ganz kurz Eine Jerrycan Ah, hervorragend Für Benzin Hallo Alter, jetzt häng ich Ich häng hier fest Okay Sieht momentan noch ganz gut aus Allerdings glaube ich gleich Werden wir da schon Besuch kriegen Denn die Haie lassen ja nie lang auf sich warten Ich geh trotzdem nochmal hier rein Aber hier ist Wie immer rein gar nix Ich guck trotzdem nochmal ganz kurz Hier ist auch nur alte Logbücher Da ist nichts Da haben wir schon geöffnet Da sind nur irgendwelche alten Dinger Ähm, halt Eine Axt Und was war da oben drin? Ein Kompass Fuck, ich hab keinen Platz mehr für einen Kompass Okay, kann ich hier schnell was essen? Beim Schwimmen? Klar, warum nicht? Okay, den Kompass hole ich mir natürlich Ich muss mir echt mal angewöhnen, dass wir bei so einem Locker immer Habe ich Habe ich Vorhin nicht auf E gedrückt? War es das? Ne, ich hatte einfach auch gar keinen Platz mehr Okay Ähm Das ist derselbe Kahn, ne? Da haben wir schon Alles klar Dann sind wir jetzt wieder auf der Insel Wir haben einen Kompass Haha Aber ich glaube unsere Methode ist trotzdem besser Ich glaube unsere Methode ist trotzdem besser Wir kommen jetzt von Da Nordwest Das heißt wir müssten nach Südost weiterziehen Um einfach nach Nordwest wieder Ich muss mir das mal aufschreiben Nordwest Lalalala Lalalala Habe ich, wo ist denn der Stift? Da ist der Stift Nordwest Nordwest Heimat Mal gucken, ob ich das später noch lesen kann Nordwest ist Heimat Also müssen wir immer nach Südost So, nach Südost Gibt es kein Vertun Gasoline Und ne Taschenlampe Und ne gute Axt Ich möchte fast direkt nochmal nach Hause düsen Und die Sachen abliefern Wie sieht's denn aus? Wir haben ein bisschen Durst Ich hoffe ich muss nicht kotzen hiervon Okay, getrunken hat er und es funktioniert Okay Ist das jetzt ein normaler Eimer? Nein, wir haben immer noch Freshwater Sehr gut Okay, das Problem ist aber Wir können nicht alles mitnehmen Zwei Macheten, zwei Macheten Eine Taschenlampe Ein Kompass Ein Eimer Wir müssen jetzt leider etappenweise vorgehen Den Kompass lass ich erstmal liegen Auch wenn ich mir das grad aufgeschrieben habe Aber Wenn wir den Krempel hier nach Hause kriegen wollen Und das wollen wir ja hoffentlich So Zack So Ich glaube das reicht Und dann müssten wir jetzt in diese Richtung Das müsste Unsere kleine Heimat sein Und ich lass dann einfach das Paddelboot an dem Strand liegen wo die Insel ist Dann ernten wir erstmal diese Insel komplett ab Bevor wir jetzt auf andere Inseln düsen Oder? Ich weiß es gar nicht Oder sollen wir jetzt schon auf andere Inseln düsen? Weil Also ich würde schon gern Den letzten Motor-Teil finden Natürlich Die Jerrycan kann es ja nicht sein Die ist ja nicht für Die ist ja für Benzin da Und wie gesagt Uns fehlt mindestens mal noch ein Propeller Und da es vier Motor-Teile sind nämlich mal Das letzte wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein Gehen in der Richtung Boah mit diesen Pickel-Armen Das gefällt mir überhaupt nicht Und vor allen Dingen Ich habe das Gefühl mit diesen Pickel-Armen Haben wir immer doppelt zu viel Hunger Und doppelt zu viel Durst Und das ist äh Das könnte uns irgendwann auch reinreißen Bis wir setzen uns halt keine Ruhe Wir bräuchten unbedingt irgendwo Heilung dagegen Ich glaube ich hab ne Idee Ich markiere mal diese Insel Indem ich das Floß davor lege Boah da war Da war grad irgendwas Großes Das war aber kein Hai Das war irgendwas Essbares glaube ich Das ist jetzt ein Hai Den habe ich auch gesehen Ähm Ach es regnet Gott sei Dank Ich dachte grad was denn jetzt los Und was das für ein riesiger Ballon da war der Insel Wir sind gerettet Ein Heißluftballon Nein es ist Nebel Und wir werden abgetrieben Guck mal das Meer sieht doch so aus als würden wir jetzt abgetrieben werden Alter Unwetter ich hoffe keine Blitze Ich hoffe der Regen kühlt unsere Haut wieder ein bisschen ab Das wäre natürlich sehr angenehm aber ich glaube ich weiß wie das implementiert ist keine Ahnung Was ist das für ein riesiges O Was ist das für ein riesiges O Neben unserer Insel Was ist das? Das macht mir Angst Es ist Rettung Es ist ein Zeppelin Es ist ein Überraschungsei Es ist eine Kackwurst Ein Tannenzapfen Einen weiß ich nicht Es ist Was Was ist das? Irgendwie geil Es ist eine riesige Linse Aha Warte ich wieder zurück Ah es ist eine riesige 3D Brille Wuuu Nice Was wir nicht alles hier haben Ok also wir können rumpaddeln Das geht alles ganz gut So Jerrycan Hallo Jerrycan Hallo Taschenlampe Hallo Axt Eigentlich sollte ich die Axt mitnehmen Nicht die Machete Aber da wird zwei Macheten haben Drei Macheten haben Behalte ich die mal lieber Freshwater behalte ich Crude Spear behalte ich Wir haben vier Plätze Feuerzeug könnte ich eigentlich hier lassen Das Lagerfeuer ist natürlich runtergebrannt Kartoffeln haben wir auch nicht mehr so viele Ok das kriegen wir alles hin Ich sollte was essen Ich glaube ich esse erstmal die Kartoffeln Und der Eimer kommt zu den anderen hin weil ich weiß nicht ob das jetzt Salzwasser ist oder nicht oder doch oder ja oder nein So Durst haben wir auch ein bisschen Und schon ist es nur noch ein Bucket Hey Unterwasserregen ist mein liebster Regen Wobei ich finde es echt geil wenn man unter Wasser taucht Hey Bucket Freshwater Ach jetzt sieht man das Wasser auch da drin Interessant So ich geh mal ganz kurz die Kartoffeln umlatzen damit wir dann wieder was zu essen haben hier Dann müssen wir nicht immer nur diese Und immer nicht immer nur Kotusnüsse Wäre natürlich schöner wenn wir zwei Pflanzen hätten aber egal Dass die Haut sich nicht regeneriert ist mir ein Rätsel Und das Ding Das dreht sich guck mal das dreht sich Oder bewegt sich Dreht es sich? Es scheint sich zu bewegen und zu drehen ich habe keine Ahnung was es ist Wahrscheinlich ein Portal in eine bessere Welt Okay Ist das wirklich Freshwater? Jo Nein Es ist nicht wirklich Freshwater Blubblubblub So einmal ist wieder voll aber das Problem ist Ich könnte jetzt natürlich wieder Kokosnüsse aber wir haben langsam auch nicht mal so viele Kokosnüsse Unsere Palme hat sich gedreht übrigens Hm Ach weißt du was ich baue uns erstmal ne Hütte So Bucket Freshwater am Arsch Ich kann grad eh nichts machen So So Zack Kokosnüsse gehen uns hier langsam aus Zum Glück haben wir auf der anderen Insel noch ne Menge gesammelt Das mit dem Wasser wird uns glaube ich noch zum Verhängnis So Das Hut Wo Pö Wie spät? 15 Uhr Ok Zeit zum Bauen Es wird Nacht und esmisst aus allen Löchern alsetznich aus genius Also, jetzt generell, mein' ich. Wie ist'n das, wenn wir jetzt drei Macheten haben und die... und der rote Balken geht nach unten? Sind's dann nur noch zwei Macheten? Also bei dem Wetter seh' ich natürlich gar nichts. Joka-Palme, die brauchen wir gerade nicht. Scheiße. Aber den Sternenhimmel, den sieht man. Weißt du, weil es regnet wie... es regnet wie Hölle, aber man sieht den Sternenhimmel. Ich warte gerade noch darauf, dass der Mond aufgeht, aber der, selbst der... Doch, der bringt jetzt ein bisschen Licht in die Sache. Oh, und da hört der Regen wieder auf. Sehr gut. Haben wir noch Potato? Potato. Gimmi da Potato. Njam, 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 njam. So, die Frage ist natürlich nur, hier haben wir jetzt das Ding. Wo bauen wir unser Hütchen hin? Ich würde fast sagen, wir bauen es nicht an diesen Strand, sondern an den anderen. Damit wir das schon von weit her sehen, dass wir da wohnen, njam. Oder... Andererseits, wir können ja auch von da kommen. Also ist im Grunde genommen scheißegal. Wir bauen jetzt hier irgendwie eine Hütte hin. Dann haben wir da drüben das Schiff und hier haben wir dann eine schöne Hütte. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Hoppsa. So, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Acht waren das, ne? Für so'n... Boah. Ja, da werden wir die Bäume von der anderen Inseln aber auch brauchen. Kannst aber sicher sein. So. Hätten wir gleich zwei mitnehmen können. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ach ja, ich hab's vergessen. So, was lege ich denn schnell erstmal ab? Drei Kartoffeln kann ich auch mal ablegen. Wo sind die? Hab ich die alle gegessen? Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann noch der Hammer. Erstmal den kruden Hammer, dann ist der schneller weg. Und im Grunde genommen spielt es ja keine Rolle. So, kruder Hammer. Zeig mal her. Foundation. No, 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 no. Ich würde sagen, ruhig ein bisschen höher, ne? Dass man mal ein bisschen höher gucken kann. Ich hätte, ich weiß gar nicht wohin, ehrlich gesagt. Ob ich das am Strand machen soll oder nicht. Ich hätte schon gerne coole Aussicht, ehrlich gesagt. Hier geht's eh nicht wegen der Steine. Da wird's gehen, aber wir haben hier zu wenig Platz, weil da zu viele Steine sind. Hier theoretisch würde auch gehen. Wahrscheinlich, ne, wahrscheinlich nicht wegen der Steine. Einerseits, weil hier die ganzen Klamotten rumliegen. Andererseits, ich würde sagen, da wo wir eben waren, war schon ganz gut. Theoretisch könnte man natürlich auch hier dran machen. Aber ehrlich gesagt, oder? Weiß ich gar nicht. Moment. Also ehrlich gesagt, ich, ich weiß. Es würde hier noch eine Weile gut gehen. Da ist, ah, da ist ein Stein, da kann man durchbauen. Hier durch den Busch wahrscheinlich nicht. Also hier würde es eine Weile gut gehen. Wir könnten uns hier tatsächlich Wände ziehen. Und dann, wir könnten Boot und Haus verbinden. Vielleicht mache ich das mal. Was soll's? Ich mache das einfach mal. Mal gucken, mal gucken, ob es funktioniert. 4, 1, 2, 3, 4. Ah, toll. So, Support oder Foundation? Nein, wir machen eine Foundation für Rechte und Verfassung. Siehste, da funktioniert es schon wieder nicht. Das ist blöd. Dafür wird es hier funktionieren. Und da auch noch eine ganze Weile lang. So, mache ich mal so. Dieses Geraschel von der einen Palme hier immer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack, Foundation. Und jetzt können wir nämlich da dran. Oder da, nee, da können wir nicht dran. Weil da noch, da haben wir noch die große Palme, stimmt. Die müssten wir theoretisch wegmachen. Oder aber, wir können es natürlich auch so machen, ganz geschickt, dass es dann hier rum geht. Dann kommen wir hier hoch und da geht es dann da rum. Und tralala. Aber jetzt mache ich natürlich erstmal die... Äh, ich... Ich... Will gar nicht auf den Baum. So, wie sieht es aus? Ach. Die ständige Gefresse. Okay. Wie sieht's aus? Das ständige Saufe. Plumpf. Okay. Bisschen was essen könnte man theoretisch noch, aber ist mir grad egal. Ich nehm jetzt mal ganz kurz eins, zwei, drei, vier. Die Foundations, äh die, die Foundations brauchen acht Sticks und die Supports brauchten glaub ich ein Stick, ne? Eins, zwei, drei, drei, vier. Das heißt aber, dass wir dann schon wieder nichts mehr haben. Für Wände. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, Support. Hätte ich gerne da. Raschel, 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 raschel. Da. Dann Support natürlich auch da. So, hier wäre eigentlich auch ganz gut. Jo. So, Support. Da. Support. Äh, Hilfe. Raschel, raschel, raschel. Alter. Nervt zum Glück nur ein bisschen. So. Und da haben wir glaub ich auch noch keinen, ne? Genau, da bräuchten wir nämlich auch noch einen. Support. Da. Dann haben wir die Stickys genau aufgebraucht. Jetzt haben wir natürlich einen Wohnschlauch. Aber wir können natürlich hier noch ein bisschen... Nein, in die Richtung können wir nicht, weil da die Palme ist. Die müsste ich eventuell wegmachen. Ich weiß noch nicht, ob man dann da drüber über die Überreste auch noch was machen kann. Ansonsten gehen wir hier rüber oder vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten, um dann rüber zu gehen. Aber dafür brauchen wir halt ne Menge Stickys. Aber ich glaube das ist schon ganz cool. Und wir können dann einerseits hier natürlich hoch. Hier ins Schiffchen rein. Naja, zumindest können wir dann hier hoch und dann können wir eventuell noch da aufs Dach steigen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir noch Dächer machen. Das ist ganz gut. Den Lok können wir theoretisch jetzt auch mal rausholen. So, andererseits fand ich den eigentlich ganz hübsch da als Dekopalme. Als Dekopalme einerseits und andererseits natürlich als Leiter sollten wir da wieder irgendwie reinfallen aus irgendeinem Grund. Deswegen lass ich das da einfach mal. So, wie sieht's aus? Wir haben natürlich Ünger, Ünger. Und wir brauchen dringend Stickys und die holen wir dann mit dem Floß von der anderen Insel. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Ach ja, das Inselleben. Ist wie Urlaub, nur Scheiße. So, das haben wir. Und das mit dem Eimer. Ich hab keine Ahnung. Bucket, Freshwater. Wie ist das, wenn ich jetzt so einen leeren Bucket nehme hier, ne? So. Und den stelle ich dann auf. Können wir probieren. Ah. Bucket Seawater. Ah. Bucket Seawater. Ah. Okay. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Muss man alles mal probiert haben. Muss man alles mal probiert haben. So, jetzt ist er ranzedicke voll. Und wir haben keine Stickys, um uns Feuer zu machen. Toll. Äh, scheiße. Ja, das hat ja toll geklappt. Aber ist noch Wasser drin. Das ist natürlich gut. Bucket Freshwater. Glaube ich, keine Sekunde dran. Und wir brauchen dringend Getränk. Und, äh, dazu nehme ich nochmal ganz kurz Kokosnuss. Es hilft ja doch nix. Ich frage mich wirklich, wenn die Machete leer ist. Haben wir da noch zwei übrig? So, ich fürchte, wir brauchen Kokosnuss auf der Insel. Am Anfang sah das so viel aus. Unendlich viel. Und jetzt ist es eigentlich im Endeffekt so wenig gewesen. Aber auch nur, weil wir diesen scheiß Sonnenbrand haben. Ah, fuck. So, jetzt haben wir aber wieder genug. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich jetzt mal da hingeschmissen. Ist mir grad egal. So, wie sieht's denn aus? Den Hammer brauchen wir nicht unbedingt da drüben. Also schmeiß ich den Hammer mal weg. Den Speer brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Den behalte ich aber trotzdem mal. Dann düse ich jetzt mal rüber und versuche mal Stickys zu holen. Bevor ich gehe. Äh. Oh, diese blöde Kartoffel hier. Ich seh die immer nicht, weil die hier so versteckt ist. Pfff. 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 So. Die können wir... Ich weiß, wir haben drüben mehr als genug Kartoffeln, aber egal. So. Ab dafür. Hoppala. Und jetzt geht's wieder rüber auf unsere Lieblingsinsel. Jetzt holen wir uns den ganzen Scheiß von da drüben. Wir müssen den ganzen Palmen klein machen. Das heißt, wir werden bestimmt einen Tag oder zwei da sein. Wir müssen dann natürlich auch überleben. Ich hoffe, wir können das mit den Kokosnüssen schaffen. Sonst haben wir ein Problem. Denn wir brauchen ja Wasser. Und ob wir die Kokosnüsse jetzt bei uns auf der Insel aufmampfen oder da drüben auf der Insel, das macht letzten Endes Spiel das gar keine Rolle. Also... Düsen wir einfach dahin. Hey! Und rechts seh ich wieder ein Hai. Deltraut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wünschte nur, wir würden irgendwie diesen Scheiß Sonnenbrand loswerden. Ich wünschte, es ginge irgendwie. Das wäre so ein Traum. Ansonsten könnt ihr mal die Insel links abklappern mit unserem kleinen Pfeiltrick. Ich hoffe, das funktioniert. Ich darf halt auf jeder Insel eigentlich nur einen einzigen Pfeil auslegen. Wenn da schon einer liegt, dann darf ich da keinen weiteren hinmachen. Und ich frage mich immer noch, was ist denn mit der Boje? Da unten ist noch irgendwas dran, aber ich glaube, das können wir... Wir können nix damit anfangen. So gern ich würde. Und haben Bojen... Eigentlich hab ich ja schon mal gefragt, ob Bojen so irgendwie Funkverkehr haben. So CB-Funk-mäßig oder irgendwie sowas. Wäre das nicht praktisch? Wenn man irgendwie Seenot oder Tralala und übers Meer verteilt, sind hier und da mal ein paar Bojen, wo man dann ranschippern kann. Und wenn man dann funkt, dann wissen die genau, welche Boje das ist, wo die sich befindet. Und dann kann man da abgeholt werden quasi, wenn man so lange überlebt. Da schwamm grad was Großes. Aber es war kein Hai. Also ich fände das mega praktisch, ehrlich gesagt. So. Ich hab übrigens keine Ahnung, ob ich mit dem Sonnenbrand jetzt irgendwie fünf Tage im Schatten sein muss. Weil ganz ehrlich, ich hab keine Lust, fünf Tage im Schatten rumzuhängen. Das ist nicht mein Stil, weißt du? Das ist nicht mein Stil. Was ist das da unten? Sind das alles Krebse? Krass. Also keine Ahnung, was das ist, aber es sieht krass aus. Können doch alles Fische sein. Ich hab keine Ahnung. Vermutlich werden wir nicht zwingend verhungern. Doch was, können wir wirklich Fische essen die ganze Zeit? Und wir müssen nur gucken, dass wir nicht irgendwie eine Fischvergiftung kriegen oder sowas. Hey, da ist unser toller Pfeil. So, das erste, was ich sehe. Wie sieht's aus? Humertechnisch können wir ruhig mal Kartoffelzeit. So. Durst haben wir auch ein bisschen. Wir könnten uns also jetzt erstmal ein paar Trinkbare machen. Da habe ich einen Kompass. Ich bin gespannt, ob die Macheten dann aushalten. Ich hätte doch eine Axt mitnehmen sollen übrigens. Ja, ja, ist ja gut. So, zack. Oh, irgendwas eiert hier gerade wieder. So, da sind wir wieder safe. Machetentechnisch werden wir gleich... ...wird mal gleich feststellen, was hier los ist. Ich glaube, da wäre die Axt tatsächlich besser geeignet als eine Machete. Ich glaube, ich mach mir gleich eine Axt hier aus dem Fels und tralala. ... 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 Oh, ich zieh die mal ein bisschen weg von da vorne. Obwohl das eigentlich egal ist, komm. Die zieh ich noch mal ein bisschen, ups, so nach oben. Damit das hier alles einigermaßen gleich aussieht. Alter Finne. So. Altes Holzbein. Da können wir ein paar mal hin und her düsen, glaub ich. Ein Stapel sind ja mal vier Stickys. Wenn ich dran denke, dass eine Foundation acht Stickys kostet, uah. Da können wir ganz schön oft hin und her. Aber egal. Ich will mich nicht beschweren. Ich finde nur die Machete echt doof, um hier Sachen auseinanderzunehmen. Ich glaube, dafür ist sie nicht wirklich geeignet. Ich glaube, die ist wirklich mehr geeignet, so für Kartoffelbüsche oder sonst irgendwas. Ich hätte gedacht, dass man damit den Hai vielleicht super angreifen kann. Aber da bin ich mir überhaupt nicht so sicher, weil dabei steht, dass man damit ja eher Bäume umhauen kann. Ich hätte bei einer Machete eher gedacht, na gut. Die bohrt sich bestimmt gut ins Fleisch. Aber andererseits, bei den Haien ist vielleicht wirklich so ein Speer einfach besser. Vielleicht gibt es ja auch so einen richtigen Speer oder eine Harpune, die man finden kann. Das wäre natürlich das Geilste. Und dann einfach so ein Ding wegslashen. Fertig. So. Haben wir gleich. Was sagt die Gesundheit? Ja, halten wir noch aus. So. Also holztechnisch sieht es dann ganz gut aus. Nur müssen wir leider, wie gesagt, alles nochmal rüberkarren. Das ist ein bisschen ätzend. Hätte ich die Speere wirklich zu Hause lassen können. Hätte man nochmal einen Viererstapel hingekriegt. Die Speere hier will ich... Ja, ne. Die Speere will ich nicht hier lassen, weil so oder so... Ich muss sie ja eh wieder mit rübernehmen. Insofern... So. Ach, hier haben wir noch zwei. Cool. Also theoretisch haben wir da eine Menge Stickies. Das... Da ist vielleicht sogar noch ein Floß drin. Wie sieht aus? Ja, ein bisschen Hunger haben wir. Aber wir haben ja zwei leckere Kokosnüsse da liegen. Und wir brauchen noch ein bisschen Getränk. Also müssen wir noch eine weitere Kokosnuss schlachten. So. Und diese vier nehme ich ja dann schon mal mit. Am besten. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei... Huch. Eins, zwei, drei, vier. So. Ich hoffe, ich bringe hier nichts durcheinander. Okay, wir haben auf jeden Fall... Boah, die Palme haben wir gut auseinandergenommen. So. Dann ziehe ich mir mal ein Kokosnüsschen hier raus. Das müsste ja zum Essen reichen alles. Den Kompass nehmen wir später mit. Ich möchte nämlich nicht den Inventarplatz verschwenden. So. Blub, blub, blub. Alles gut. So, und jetzt können wir die ganz easy auseinandernehmen. Dass die Gesundheit dann immer sofort schwindet. Das liegt natürlich daran, dass wir immer noch diesen scheiß Sonnenbrand zweiten Grades haben. Oder Verbrennung oder was auch immer. Das ist echt ätzend. Wir sind jetzt momentan so labil. So. Ich glaube, da müssen wir nochmal, ne? Ne, brauchen wir gar nicht. Okay. Andererseits, weißt du was? Scheißt der Hund drauf, denn... So, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und schon haben wir genug Stickies wieder und können wieder rüber... Nein, ich kann nicht... Ich lasse die Speere mal hier. Ich habe vergessen, dass wir das Paddel ja immer noch aufnehmen müssen. So, in diese Richtung, ne? Das ist das Richtige. Dann düsen wir gleich mal los. Haben jetzt ein paar Stickies dabei. Das Blöde ist nur, wir müssen jetzt halt die ganze Zeit hin und her paddeln. Und eigentlich möchte ich mir ein paar Wracks... Ich möchte ein paar Wracks untersuchen. Wracks. Aber, naja. Gemach, gemach. Alles zu seiner Zeit. Jetzt bauen wir jetzt erstmal ein kleines Hütchen. Und wenn wir das hingekriegt haben... Und Holz fürs Lagerfeuer brauchen wir leider auch noch. Ähm. Ich muss mal gucken, ob ich hier nicht die ganzen Eimer... Wir haben ja vier Eimer. Ob ich die nicht einzeln irgendwie übers Feuer brutzeln kann. Damit wir da wenigstens, naja, richtiges Wasser haben. Ich darf es halt nur nicht trinken. Das ist doof. Und das Problem ist halt mit diesem Freshwater. Und dass der das immer mixt, das ist halt blöd. Der müsste jetzt eigentlich auch verschiedene Inventarplätze verteilen. Wenn wir einmal Salzwasser haben. Das ist ein Inventarplatz. Ein leerer Eimer ist ein eigener Inventarplatz, wo das gesteckt wird. Und ein... Und Trinkwasser ist natürlich auch ein eigener Inventarplatz, wo das gesteckt wird. Okay, wir haben die Speere nicht dabei. Wenn der uns jetzt aus dem Floß wirft, dann werde ich aber sauer. Ich habe mich nicht gespeichert. Was total schlau ist. Ich sollte öfter speichern, fällt mir gerade ein. Vor allem mit unserem Armherpes. Huch. Alter, hör auf zu zittern. Also zu ruckeln. Ich dachte, jetzt ist das Boot wieder weg. Und dieses Paddelgeräusch geht einem doch ein bisschen auf den Sack, ne? Warum sie das im Hotfix nicht abgeschwächt haben, das ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir Inseln wechseln können. Ohne dabei drauf zu gehen auf dem Meer. Ich wünschte nur, ich würde irgendwie diese komische Krankheit loswerden. Ich muss wahrscheinlich demnächst, bevor ich dann... Also ich mache jetzt die Hütte, mache ich noch irgendwie ein bisschen. Aber bevor wir da großartig weitermachen, glaube ich, brauchen wir tatsächlich unbedingt mal... Irgendein Heilmittel oder irgendwas kann man doch bestimmt finden. Hallo? Framerate? Quo Vadis? 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 So, juhu! Ab aufs Land! Da sind wir wieder. Recht erfolgreich, möchte ich sagen. Hier liegt noch ein Stein rum. Hä? Wie konnte ich den denn übersehen? So lange vor allen Dingen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Theoretisch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ne. 5. 5 Kämpfer, ja. Das Kämpfer ist also wieder ausgestattet. Nicht mit hinschmeißen, sondern mit Linksklick. Muss man natürlich auch erstmal wissen. So, jetzt haben wir die Dinger hier, ne. Wie war denn das jetzt mit den Wänden? Ähm. 4 Sticks, glaube ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Die 3 lege ich mal neben das Lagerfeuer. 1, 2, 3. So, und dann... 2 pro Wand, glaube ich, ne. 1, 2, 3, 4. Lagerfeuer haben wir auch wieder gemacht. 1, 2. So, brauchen wir dafür den Hammer. Das weiß ich gar nicht mehr. Also, wie man da jetzt einen Hammer braucht, ist mir ein Rätsel. Eigentlich bräuchte man jetzt diese komischen anderen Dinge. Äh, da ist der krude Hammer. So. Zack. Eine Wand, sehr gut. Ich hätte gerne die Wand da. Ich hätte gerne irgendeine, also irgendeine Wand. Also, hier hätte ich gerne eine Wand. Ah. Da haben wir die Wand. So. Das Weitirin. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eine Wand. Wir verbraten die Stickys irgendwie gleich, statt die erstmal zu sparen. Aber egal. Ähm, da. Sehr gut, sehr gut. Das ist sozusagen unser Eingangsbereich. 1, 2, 3, 4. Äh. Ne Decke brauchen wir natürlich auch noch. 1, 2, 3, 4. Palmfronts haben wir natürlich auf der anderen Insel auch noch eine Menge. Müssen wir nur noch auseinander nehmen. Halt. Wo will ich hin? 1, 2. Und eine Wand. W- 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 So. Ich wäre natürlich glücklich, wenn das ein bisschen besser klappen würde. Aber das tut es ja letzten Endes nie. 1, 2, 3, 4. W- 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 ... W- 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 Erstmal sparen für Lagerfeuer, weiß ich selber, aber andererseits, wenn wir schon mal dabei sind. So, jetzt hier hätte ich gerne. Hier. Hier, hier, hier. Hier. Raschel, 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 raschel. Ach ja. So, oder hier. Hier auf der Seite geht natürlich auch. So, dann hätten wir nämlich hier den Eingangsbereich, den müssten wir theoretisch, ich weiß gar nicht, ob man den überdachten kann, das müsste aber gehen. Weil haben wir ja trotzdem vier Dinger. Und dann geht es hier so rein und dann kann man hier theoretisch so eine Wohnstube machen, verstehst du? Und hier haben wir durch den Eingangsbereich, kommen wir trotzdem noch aufs Schiff drauf. Und sind dann hier, quasi über dem, über dem, oben der Wohnstube. Ist schon ganz gut. So, wir brauchen dringend mal was zu essen. Alter, dieses Geraschel, ne? Das ist so übertrieben. Ähm, was zu essen. Kartoschkes haben wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir holen uns aber mal welche. Die Speere haben wir drüben gelassen, ich kann jetzt natürlich nur noch neun machen. Ähm, lalala, da haben wir. Hubs. Und Hubs. Und Hubs. So, wird aber glaube ich schon mal ganz nice. Vor allem hier mit unserem kaputten Schiff. Und hier müssen wir dann halt mal gucken, ich weiß noch nicht genau, wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle Eimer voll Wasser kriegen. Und dann wirklich mal versuchen, alle Eimer... Mit dem Wasser so abzustellen, dass die nicht umfallen. Das ist halt das Schwierige dabei. Ich wünsche, die würden halt automatisch immer richtig stehen, aber... Wir kippen halt die Hälfte mal aus. Und es wird Zeit. Wir brauchen dringend Wasser. Und wir haben kaum noch Kokosnüsse. Zwei, um genau zu sein. Und da wir Hunger haben... Mach ich die eben nochmal schnell klar. In dieser Folge. So. So. Das sind die letzten Kokosnüsse auf dieser Insel. Drüben haben wir auch nicht mehr so viele. Ah, wir haben aber essbare noch hier drüben, ne? Oder? Ach, die sind alle noch drinkable. Ich weiß gar nicht... Ob wir die schon ausgeschlürft haben. Deswegen nehme ich erstmal diese hier zur Brust. Na, jetzt aber. So, Happi. Und Happi. Und Happi. Und... Happi. I wanna see more happy people. Oh, man. Ja, sieht momentan eigentlich doch ganz gut aus. Wir haben... Ja, unser Häuschen weitergebaut. Wir haben die ersten Stickys erfolgreich von einer anderen Insel geholt. Das heißt, wir ernten jetzt nach und nach andere Inseln ab. Das ist auch schon sehr super. Ähm... Ich glaube, es kann... Es kann bald weitergehen. Ich frage mich nur, wenn wir jetzt die Inseln abklappern. Wie weit werden wir kommen? Wie lange werden wir brauchen, wenn wir zum Beispiel vier Inseln weiter sind? Um dann wieder zu unserer Ursprungsinsel zurück zu paddeln. Das wird, glaube ich, immer anstrengender. Und vor allen Dingen... Hm... Ich weiß noch gar nicht. Da müssen wir Gedanken machen. Wie wir zum Beispiel... Wir müssen ja die Pfeile legen. Aber dazu müssen wir auch quer um die Insel paddeln, um zu sehen, wo es dann weitergeht. Und wir können ja das Floß nicht mitnehmen, einfach so. Da bin ich noch gespannt. Ich glaube, das wird noch ein paar Probleme aufwerfen. Aber ich bin gespannt. Wir werden es... Irgendwie werden wir es lösen. Ich lass mich überraschen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wenn wir auf die andere Seite von der Insel noch einen Pfeil legen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Eigentlich eine gute Idee. Andere Seite der Insel noch einen Pfeil legen. Dann wissen wir in etwa, wo es weitergeht. Wir kriegen das schon hin. Oder wir laufen um die Insel. Irgendwie sowas. Das ist ja das kleinste Problem. Jetzt aber erstmal schauen. Wir brauchen dringend, dringend, dringend Medizin. Sonst gehen uns bald die Nahrungsvorräte aus. Oder wir werden nur noch Nahrungsvorräte sammeln. Sonst kommen wir bald zu gar nichts mehr. Deswegen erstmal irgendwo Medizin herkriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit Y.